Besser im Stuhl einschlafen als im Schlaf einstuhlen. Ich bin, glaube ich, mal stark davon überzeugt, dass sie die Runde nicht hochladet, weil die ist ja schon ein bisschen trashy, ne? Hast du das gesehen? Und man hätte einfach meinen Anpacken sehen müssen. Aber ich habe es nicht aufgenommen. Ey, Peluch, setz dieses scheiß Ding hier hin. Drücke C, weil ich mich hier nicht so will. Nimm F mit. Ja, das ist F, nee. Ich habe V mitgenommen und habe einfach die Dinger zerschlagen. Nein! Ey, jetzt bin ich Wohne unterwegs. Oh, nee, Alter. Das kannst du kein... Oh, schon wieder! Drück Schafe, weil ich geil... Was ist denn da bei mir? Nee, ich drücke anscheinend F. Der F wird sich bald über Shift gedrückt, wenn ich abvisiere. Ey, nimmst du das auf jetzt? Ja. Nein, oh Gott. Ey, egal was passiert, das musst du hochladen. Und dann nennen wir das erste Runde nach CSGO. Erste Runde nach einem halben Monat CSGO. Oh, fuck, Alter. Da kam er geflogen, Junge. Hä? Das wird abgeknallt. Ich glaube, wir haben ein kleines, großes Problem hier. Alter! Wo ist der? Ach, draußen. Alles, was man macht, ist irgendwie falsch, Digga, man. Ich drück einfach überall. Nimm mal das Messer raus. Okay, der Tod. Ich muss mir sowas von abgewöhnen, immer die 3 zu drücken, ne? Muss ich dir auf jeden Fall mal zeigen, wenn du hier bist, wie ein Hiddeblatt angefangen hat. Wir haben nämlich da in der Schule ein Hefter gemacht. Also, es ist ein Buch. Oh, und dann auch noch so Walking Dead verarscht und so als Comic. Richtig geil. Von dem Namen her kann es eigentlich nur in der Schule entstanden sein, weil ich glaube, kein anderer kommt auf den Namen. Du bist gemutet. Mann, ich weiß. Meine Mutter war gerade hier. Bin ich nicht in Ordnung. Ich will mal B drücken und kaufen. Ich bin geil. Ähm, also... Ping nice, guys. Äh, 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 schnau. Snär, 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 snär. Ähm, also ein... Ich hab mir gerade die Fresse. Hast du gerade dieses Snär, Snärs gemacht? Ich? Zinker. Ja. Im Spiel? Ey, du bist Deutsch, Digga. Oh, die Schnauze. Hallo. Lieber Herr Gesangsverein, Ruhe hier. Hallo. Lieber Herr Gesangsverein, wir beruhigen uns. Nein. Hallo. Wir senken den Pool. Hallo. Meditieren. Machen also alles das, was deine Mutter jeden Abend macht. Ne, leider nicht. Besser als anschaffen, Digga. Alter, Alter, ein Glück, dass wir hier gerade eine Aufnahme gestartet haben. Das ist ja zu lustig. Wie war das nochmal mit Recht am eigenen Video? Halt die Fresse, du bist in einem scheiß Rainbow-Match, Junge. Was denn war das? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du das hier in zehn Monaten siehst, wird es endlich hochgeladen wurde. Nein, alles gut war nun schon. Kurz Herr Anwalt geworden. Ja, ja. Weiß ich doch nicht, was da gehört. Ladet ihr das denn hoch, oder was? Kommt drauf an, ob wir gewinnen. Ja, irgendwann kommt das mal. Müsst ihr mir ja noch euer Kanal da oben reinschreiben. Steht schon. Bitte? Steht schon drin. Na, auf jeden Fall hat sich... Ach, YouTube, I need a blood, oder was? Yo. Also ohne YouTube. Ich hab's ehrlich gesagt nicht hinterfragt. Also auf jeden Fall, der Kevin hat sich vor mir umgedreht. Wollte ein Blatt haben und hat gesagt, I need... Äh, äh, der Blatt. Und so ist der Name entstanden. Spannend. Den hab ich auf dem Blatt... Er Blatt drauf geschrieben und dann hab ich ihn das gegeben. Und dann brauchte er das nicht mehr, weil da ein Blatt drauf stand. Ja, Spakal kommt, ne? Wo kommt der? Treppe. Ich weiß nicht wo. Ja, äh, wo bist du denn? Hinter dir. Oh, danke. Äh, der... Hast du die Rüstung genommen? Decklissen viel. Ich hab mir keine Rüstung genommen. Ich hab nicht mal meine Dinger hingebaut. Wir können das mir richtig gut. Boah, der Blatt ist überlebt worden. Uh! Ui! Nooo! Er ist verhältlich nicht soviel. Man merkt auf jeden Fall, wir sind schlechter geworden. Blue Bunker? Er ist einfach Dinkelberg, alter. Ich weiß. Hab ich noch gar nicht so mitbekommen. Meinst du, ich soll den putzen? Okay. Nee. Ach, erledigt. Och, Mann. Mann. Ey, seit wann habt ihr zu vieren, ihr seht das Skin? Die hatte schon früher einen, aber nicht den. Äh, nicht schon relativ lang, oder bin ich? Der hat schon ewig einen, aber... Also der, also der Skin war mir grad neu, den die hatte. Och, das ist sau ekelhaft, das Doppel zu hören. Warum spiel ich eigentlich immer den Zug? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Froscht! Froscht! Mit dem Schneeball in der Hand! Wir sind nur Fallen, ne? Jau. Fast. Ja. Ich war nur gegrillt, musste ich aus... Ne? Ach stimmt. Ja, C4. C18. Haben die grad die Videos oder was? F... Hast du was dein Schild weggeballert oder was? Ich habe nichts gemacht. Ich ist oben im Badezimmer. Aber nichts gesehen, Digga. 75 HP oder so. Der droppt Freezer. Was schießen die denn da, Alter? Die ist links, links, links. Aber Challenge nicht. Lass die erstmal planten, lass die erstmal planten. Challenge sie nicht. Sehr gut. T-Bank. Das ist low. Das war der Computer. Ich muss mal sagen, mein Computer-Akku ist explodiert. Haben wir das überhaupt doch gehört? Ja, so ein bisschen. Aber es hätte auch irgendwas anderes sein können. Das sind die wichtigen Callouts. Ja, ich dachte schon, wir müssen keine Bombe lokalisieren. Ich dachte heute machen wir mal was anderes. Ja, Digga. Die Bombe ist oben, wa? Rick hat gemerkt, dass das gerade alles ein bisschen cringe war. Ich wollte nicht mehr antworten. Ich hab dich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo ich bin, Alter. Five seconds before you search. Hä? Hat er den Sprecher auf Englisch oder was? Von wo? Ach da. Ganz oben, aber. Nee. Scheiße, Mann, ich drücke mal die falschen Tasten. Da, da. Ja, ich weiß. Was machst du denn? Äh, ist weg. Nee, ist wieder da. Hinter mir, wer schießt denn mich an? Nein, das war ich. Möchte, mach dir noch was, um uns hier. Lade nach. Na komm. Komm. Wollen wir mal holen. Lass hochrennen. Nee, ist noch da, ist noch da. Renn hoch, renn hoch. Hol dir die. Die können auch, sie ist hier. Das gibt's nicht. Wie konnte ihr das überleben? Der gute Schulterschuss. Warum ist der Diffuser im Keh? Im Keh. Weil Rook den runtergesprengt hat. Das ist, glaub ich, ganz doof gelaufen. Alter. Lunge. Lunge? Auflass. Er sieht gar nicht durch. Spring doch. Jo, Mensch. Jo, Mensch. Von oben. Oh. Hä? Da ist doch gar keiner. Ich dachte schon, ich seh den nicht. Ich versteh hier grad gar nichts mehr, alter. Gar nicht. Der, 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 der. Also. Hä? Safety. Hat er nicht, als? Safety IP. Alzheimer? Nee, als er. Mann. Der hat doch in dieser Lobby da den, die Kamera kaputt geschossen. Das kann doch nicht wahr sein. Nimm doch mal die Beine in die Hand. Die Hände in die Band. Nimm doch mal die Hände ins Bein. Besser im Stuhl einschlafen als im Schlaf einstuhlen. Lieber zwei Damen in den Arm als zwei Arme im Darm. Lieber aufm Schiff einschlafen als im Schlaf einschiffen, würd ich sagen. Ich will immer dimmer. Der Berg ist größer als zu Fuß. Knapp daneben ist auch getroffen. Was gibt's noch davon, so? Hau ihn raus, komm. Nee. Knapp daneben ist auch getroffen. Knapp getroffen ist auch daneben. Nee. Was machen das andere? Nachts Kälter ist draußen. Manchmal gibt's Sachen, die gibt's gar nicht. Wenn du andere in eine Grube gräbst, musst du darauf achten, dass sie nicht größer als drei Kubikmeter groß ist. Sonst brauchst du eine Baugenehmigung. Ja, das kenn ich. Ach, da drauf wird geschissen. Ich glaub, der war zu lang, um lustig zu sein. Ja. Schade. Oder das wär einfach n Witz von dir. Nee, den kenn ich tatsächlich von Insta. Ich auch von Insta. Ich auch von Insta. Die gleiche Frage, die wir uns heute gestellt haben. Warum schlagen Meteoriten eigentlich immer in einem Krater ein? Ja. Oh Mann, Dig. Hä, wie hat der denn die Bombe lokalisiert? Ich weiß es nicht. Manchmal ist das ein bisschen komisch. Hä, sag doch mal, manchmal ist es komisch. Nein. Ist gut. Alter. Dann gehen wir. Ich kann nicht mehr. Die sind unten, die sind nicht oben. Ist mir egal. Ich geh trotzdem um. Ey, was machen wir da? Ich kann nicht mehr. Bauchklatscher. Ey, treff die nicht. Oh ne, Alter. Ah, da ist er. Nee, er ist tot. Ups. Hä? Ist jetzt noch irgendwas passiert, oder? Was ist da in diesem Aufenthaltsraum? Sollte vielleicht gucken, dass ihr einen Defuser bekommt. Oh, was? Oh, was? Ah, von hinten. Digga, jetzt habe ich irgendwo hingerotzt hier. Digga, das habe ich so gerochen, ne? Ja, das habe ich so nicht gerochen. Er hatte mal Corona, er kann eh nicht fliegen. Ach, Digga, zweites Mal. Junge, scheiße. Ja, ja, ich vor zwei Wochen auch. Ja, ja, ich vor zwei Wochen auch. Wir müssen es eigentlich das für den Hut sein. Ja, komm, drauf geschissen, Junge. Draufgekackt. Ich habe es gemacht. Nicht. Wo denn drauf geschissen? Norris ist verlor, außer drei Runden. Matchball. Ja, manchmal ist es komisch. Ne, manchmal gibt es Sachen, die gibt es gar nicht. Oder Part 1 und Part 2. Ne, sowas mache ich nicht. Aber gerade mit der Drohne ist ein Liegen. Was, ich bin Zweiter mit vier Kills und der Erste hat zwei Kills? Los, Kompanie, jetzt reißt wir mal zusammen. Alter, ich sage euch, erst CSGO und dann Rainbows, keine gute Combo. Oh, nee. Ein bisschen Hipfeuer, sagst du. Hoi. Ich wollte gerade mit der Drohne sneaken. Ich will mal drei drücken. Mach auch mal was. Mach mal auf den Lachs hier, ne? Ich muss rein. Auf der Treppe? Ich muss raus. Auf meinte er ja. Ich gehe mal oben rein. Ich auch. Das ist Mölk. Ich brauche ich mal einen Lümmel. Der will eines Mölk. Ich gehe hinten rum. Er läuft wieder weg. Auf schießen. Da mal rauf schießen. Warte mal. Geh mal nicht rein. Geh weg. Warte, warte. Ach, da war Jäger, ne? Da ist Back on Pink. Hinter dir ist weg. Hallo? Oh. Nice. Da. Hinter dir. Und legen. Oh, Bruder. Was machen die mit uns, Junge? Was soll'n das? Was soll'n das? Was soll'n das? Was soll'n der Scheiß? Ich habe einfach gekillt. Ich habe einfach gekillt. Er ist in meine Claymore gerannt. Ja, er ist in meine Claymore gerannt. Ich bin glaube ich mal stark davon überzeugt, dass sie die Runde nicht hochladet, ne? Weil die ist ja schon ein bisschen trashy, ne? Aber lustig ist sie. Wird hochgeladen. Hundertprozentig. Scheiße. Scheiße. Sagen sie. Kommt eh erst in Wochen. So lustig jetzt auch nicht. Wir streichen einfach die Namen. Nico und ich sind ziemlich unlustig eigentlich. Wir zensieren einfach den Namen und gut ist. Jo, also mein Name muss ich nicht zensieren, Digga. Und den Voice Craig auch nicht. Naja, das. Mach's einfach lustig. Den lustigen Stimmfilter drauf. Den lustigen Stimmfilter, ja genau. Das ganze Video so durch. Ich google jetzt mal lustige Witz, damit die Runde auch wirklich lustig wird, ja? Ja, auf jeden Fall. Bitte hau. Das wird der Intro-Sound. Äh, mal gucken. Jo, ich geh schnippen und sterben. Ach, ich bin ja kackern. Das machen wir jetzt Intro. Ich geh schnippen und sterben. Guck mal. 237% aller Menschen übertreiben völlig. Jo. Ey, guck mal. Was denn? Guck mal. Ey, du hast drei? Nein. Wir können doch drei Kapkan fallen in einer Tür sein. Vier. Es ist vier. Digga, rip an denjenigen, die da reinläuft, Digga. Pessimist. Schlimmer geht's nicht. Optimist. Digga, wer hat da vier Kapkan fallen denn gepackt, Junge? Krank? Na, ich? Kapp, 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 würde ich mal vermuten. Echt? Oh. Ähm. Okay. Will der Smilkerich mich jetzt vergasen oder wartet der hier mal? No, no, no. Oh, der ist tot. Hey, Jungs, ich hab'n Diffuser abgeknallt, ist mir grad aufgefallen. Ich hab' mich selber abgeknallt, ist mir grad aufgefallen. Ich halte jetzt einfach den Diffuser und tu das. Hältst ihn in der Hand? Ich komm zu dir. Wo ist der? Bei mir. Sag doch mal. So wie ein Rollstuhlfahrer. Alle zu dir kommen. Die Dronie über... Lass mal einfach auf'n Diffuser campen. Die können nix machen. Die können nix machen. Ja. Diff, Digger. Also wenn die nicht stirbt, ne? Ah, Gott. Mann, ich wollt' die grad nifen. Hey. Hoi. Ich raue die einfach weg. Smoke 1 sagte, meine Takte KW... Ich wollt's nicht sagen, ja? Aber jeder hat's gedacht. Jeder hat's gedacht. Ja gut, das muss ich rausschneiden. Zitat. Ja gut, das muss ich rausschneiden. Das war's mit Ankert. Mann, was spiel' ich denn jetzt? Amaru. Amaru hab' ich nicht. Kali. Nee, ich spiel' hier, äh... Amaru! A-C-E-Saft. Ich spiel' jetzt den Typen, der Prinzip der Maske nicht verstanden hat. Was? Ja, guck dir doch die Maske von ihm mal an. Der ist Impfgegner. Aber er ist doch ein bisschen süß, weil der sagt uns so, yo, call me, baby. Total süß. Oh, der sieht aus wie Feuerwehrmann, Alter. Du musst mir mal einen Gefallen tun, wenn ihr die Runde wirklich hochladen solltet. Wer wäre? Ja. Schneid die ernsthaft cringen Stellen bitte wirklich raus. Hahaha, ja. Das war eigentlich was wir haben. Das war eigentlich was wir haben. Klicks, klicks. Gute Idee. Nein, ohne Spaß, Ankert ist glaub' ich langweilig. Weil's was wirklich was lernen wollen. Wir wollen Anteile. Ach, scheiße. Anteile an nem nicht monetarisierten Video? Ja, wird schon, Jungs. Immer gemischt bleiben. Ist ne Win-Win-Situation. Anteile an eurer Leber hätten wir gerne. Naja. Scheiße, ich hab's nicht. Die brauchst du nicht mehr nehmen. Die ist schon, hat schon gut gelitten. Meinst du? Auf ne Schwarzbank bringt die bestimmt sie trotzdem. Oh mein, das war an. Beschädigte Leber, keine Ah. Gebraucht wie neu. 20. Neu wie gebraucht. Gekauft wie gesehen ohne Garantie. Alter. Alter. Alter, was hab ich da gerade gemacht? Gibst du noch? Yo. Alter. Ich hab einfach meine Maus über den Tisch geschmissen und hab die einfach... Ich hab die weggeflickt, wie weiß nicht was. Hä? Wer hat... Ach, ich hab den Chat, Erfa. Sag doch das. Da ist doch einer. Hau am Frost. Hä, Monen. Warum sag du hier? Hä? 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 Links, links, ums Eck. Ich bräuchte da mal Hilfe, ne? Ja, wir haben so ein fein Problem, würd ich meinen. Ja Jungs, hier hallo, hallo. Von Stairs auch. Einer hilft mir hoch? Kann ich denn noch Stairs bitten? Äh, nochmal danke für den Teamkill, Digga. Also... Ne, war entspannt. Also... Aber... Ja, Safe Stairs. Alter, da haben wir grad die Runde gewonnen. Jau, wir haben konstant gewonnen. Das hätt ich ja nicht gedacht. Gutes Aim. Naja... Ist ja doch noch was gewonnen. Ich würd sagen, verdienter dritter Platz an meiner Stelle. Verdient. Verdienter erster Platz. Verdienter erster Platz. Verdienter erster Platz mit zwei Kills. Äh, sieben Assists. Ah ne. Weiter als Team. Hoppla. Das war ein Tor! Jawoll! Joao! Joao! Vielen Dank.